Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von simplelifestories.net. Ich habe ein Planer Buddy Paket für euch. Und die Angelika sitzt mir hier gegenüber wie ein Geier und möchte schon wieder was klauen, ja. Und wisst ihr warum? Ich möchte natürlich an euch alle schöne Planer Buddy Sachen zeigen. Es fällt mir jetzt ehrlich gesagt hin und wieder schwer, da ein bisschen was von abzugeben. Hin und wieder, hin und wieder. Weil ihr immer so schöne Sachen schickt. Was soll ich machen? Also jeder der Planer liebt, der wird mich verstehen. Darf ich aufmachen? Ja, bitte. Du brauchst das gar nicht. Das ist von Serena. Serena, vielen Dank. Wir gucken mal, was du uns geschickt hast. Darf ich das haben? Es ist immer besser, wenn man es festhält hier. Sonst kann ich das nicht aufmachen. Soll ich mal rauskippen? Ja. Oh, guck mal, wie schön. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ach, jetzt nicht mehr. Schön. Also, hier sind Einlagen. Oh, die sind ja richtig toll. Guck mal. Sehr schön. Die sind ja schön. Serena, vielen Dank. Die sind richtig toll. Und das möchtest du jetzt, dass ich das abgebe wieder, ja. Statt das schön in meinen Planer reinzulegen. Also, die sind richtig wunderschön. Gefallen mir auch supergut mit diesen Pastellfarben. Finde ich total schön. Du kannst ja vielleicht ein, zwei abgeben. You are the loved enough. Dreh mal um. Da ist ein Kalender drauf. Ja, schön. Ich konnte es nicht erkennen. Das hat jetzt ein bisschen vom Licht her geblendet. Wir gucken weiter. Wir diskutieren da später drüber, ja. Wir diskutieren gar nicht. Selbst in den. Auch sehr schön. Da sind so verschiedene Motive drauf. You are. Und dann mit einem Pfeil und so. Also, die sind richtig klasse dafür. Wenn ihr irgendwie was besonders herausstellen wollt, da braucht ihr gar keine Aufkleber, sondern macht einfach die Stempel da rein und schreibt was daneben. Total klasse. Das ist auch etwas, was ich immer gebrauchen kann. Schön, die kenne ich gar nicht. Ne, habe ich auch noch nie gesehen. Ah, von HEMA. Total schön. Also, Dortmund. Also, wir. Dortmund, HEMA. Ne? In unserem Bastelgeschäft. Da, wo man so irre viel Geld loswerden kann. Oh ja. Und wir auch in der Regel tun. Ja. Hier ist noch viel mehr schöne Sachen. Worscht. Herzchen. Herzchen ist immer gut. Schön. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt Valentinstag kommt. Total schön. Und hier auch Tags. Mhm. Oh, guck mal. Mit. Mit. Ja, die sind doch schön. Sind die schön. Sehr schön. Washi Tape. Doppelt verstärkt. Superschönes Washi Tape von MT. Die finde ich sowieso. Das sind die besten. Und noch ein Mäppchen mit Stiften. So richtig schöne Marker, wo man nochmal was markieren kann. Dann. Ja. Du brauchst gar nicht so gucken. Du willst immer alles abgeben. Aber ich sehe ja ein, dass ihr liebe Planer, weil die es auch etwas abhaben wollt. Aber ihr versteht bestimmt, dass es mir schwerfällt. Weekly Planen. Das ist super. Kann man so schön in den Planer reingeben. Also ihr seht, ich habe da auch direkt immer Ideen, was ich damit machen kann. Dann fällt es einem natürlich doppelt so schwer. Und hier ist auch noch ein total süßes Radiergummi mit drin. Habe ich was vergessen? Guck mal. Ein Mäppchen haben wir noch. Was ist das denn? Schönes Planer-Buddy-Paket. Das ist ein Radiergummi. Ach wie schön. Ach wie. Jetzt hast du es auseinander genommen. Habe ich ja noch nie gesehen. Er hat seine Schunte wieder erfasst zumindest. Ja. Wir werden es noch hinkriegen. Serena, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig über dein Planer-Buddy-Paket. Und deins geht natürlich direkt retour. Und ich hoffe, du tauscht noch öfter mit uns. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss. 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 are you handsome? Vielen Dank.